Servus Leute, heute ist Mars House Hockey School in Vexicon in der Schweiz und es ist mir eine riesengroße Ehre unsere Specialgest heute vorzustellen, Katrin Lehmann, Schweizer Rekordnationalspielerin, zweifache Olympiateilnehmerin, eine riesen Menge Erfahrung heute. K, was zeigen wir den Leuten? Wir zeigen den Leuten, wie man die Bande und auch das Plexiglas nutzen kann, um in einem 1 gegen 1 offensiv erfolgreich zu sein, um aufs Tor zu kommen. Wie kann ich die Bande benutzen als Kraftgeber, wie kann ich das Plexiglas benutzen als Spiegel, um dann das 1 gegen 1, auch wenn ich den Rücken zum Tor habe, erfolgreich zu gestalten. Hört sich gut an, Chrissi ist auch da, um zu helfen. Jetzt geht's los. Auch wenn man wenig Zeit hat im Spiel, reicht manchmal ein kurzer Blick hoch und so wie ihr jetzt Marcel und mich im Plexiglas spiegeln seht, so sehe ich auch im Spiel, ist der Gegner rechts oder links von mir. Wenn ich Richtung Banden gehe, dann möchte der Verteidiger mich immer an die Banden drücken, aber ich muss schauen, vorher geschaut im Plexiglas, kommt er links oder rechts und dementsprechend versuche ich, die Seite zu öffnen. Er kommt von links, auf der drücke ich, um jetzt die Seite zu öffnen. Ich habe jetzt mein Knie hier an der Bande, ich muss den Schlittschuh an die Bande bringen, damit ich den Schlittschuh und die Bande brauchen kann, um hier wieder wegzukommen. Jetzt seht ihr, ich bin blockiert, aber ich habe mein Knie und vor allen Dingen meinen linken Schlittschuh an der Bande. Das heißt, ich habe mehr Druck mit der Bande, mit meinem Schlittschuh weg, als er nur mit seiner Kufe auf dem Eis. Wichtig ist, dass ihr es zulasst, dass ihr in die Bande gedrückt werdet, parallel. So habe ich Knie und Schlittschuh an der Bande und kann die Kraft nutzen. Viele versuchen, den Kontakt mit der Bande zu erreichen, mit Schräg rein. Dadurch verliere ich den Kontakt zur Bande und habe keine Chance, wegzukommen. So können wir die Situation trainieren. Ich werde die Scheibe in die Ecke reinschmeißen und die Karte dann jagen. Jetzt, es kann auch sein, dass sie ein paar Sekunden braucht, um mich von der Bande in die Mitte wegzustoßen. Aber das ist auch okay. Das ist ein normales Spiel Zweikampf. Es sieht so aus. So, es kann auch sein im Spiel, dass ich in der Zweikampf bin an der Bande, aber den Gegner es noch nicht geschafft hat, mich gegen die Bande zu drücken. Und das will ich auf jeden Fall vermeiden. Ich kann das vermeiden, indem ich meine Füße einfach in Bewegung bleiben. Ich kann entweder einen einzelnen Richtungswechsel machen oder einen kleinen Touchstock, wie man das nennt, und in dieselbe Richtung weiterlaufen. Gut, dass ich das nicht일be, weil ich mich darauf achten wollte. Ich bin ein bisschen die Bande, aber das kann ich nicht. Ich bin ein bisschen am Auto-Lebget. So könnte ich mir eine Übung machen. trainieren. Ich schieße die Scheibe rein und dann geht's los. Es kann auch sein, dass Sie ein paar Sekunden brauchen, um mich von ihr... Den Punch-Stop wird zum Beispiel überragend von Sissy Crosby benutzen. Der ist so gut auf seinen Kanten in der Ecke. Er kann die Richtung so schnell wechseln. Das macht ihn so gefährlich. K, vielen Dank. Das sind einige Punkte, die ich auch nicht wusste. Sehr wichtiges Thema. Viele Zweikämpfe werden in die Ecke geführt. Man muss zum Tor dann kommen. Chrissy, vielen Dank, dass du dich ins Tor eingestellt hast. Viel Spaß bei Ueben und bis zum nächsten Mal. Ein Marshalls Rackerschool.